Hallihalüchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel der Jomani-Fanfiction Draco Malfoy und die demütige Literatur des Verliebtseins. Ihr musstet jetzt leider wieder einige Zeit darauf warten, aber dafür hoffe ich, dass dieses Kapitel das eindeutig Überlänge hat, das wieder gut macht. Leider wird sich das jetzt in nächster Zeit ein bisschen öfter häufen, denn ich habe viel mit der Uni zu tun, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, und auch wenn ich mal wieder keine Ahnung habe, wie ich je Blaise Sabini gesprochen habe und das so wahrscheinlich auch nie wieder hinbekommen werde, hoffe ich, dass ihr Spaß beim Anhören haben werdet. Und damit starten wir direkt mit der Anmerkung der Autorin. Ein Kapitel, in dem Draco weiterhin ein furchtbar unzuverlässiger Erzähler ist, mit noch mehr von meinen liebsten Fanfiction-Momenten. Bitte beachte die Slow-Burn-Warnung. Dies ist die Tremaine-Geschichte, die ich selbst lesen wollte und UST, Unresolved Sexual Tension, ist nun einmal mein Kink. Betonung liegt auf dem U. Macht euch auf Fehlstarts, Verzögerungen, alle möglichen Arten von Idiotie und eine eventuelle Erlösung in der Endphase gefasst. Diese Geschichte ist nichts für Leser, die nach einer kurz- oder mittelfristigen Befriedigung suchen, sondern eher etwas für leidenswillige Massoristen. Wenn ihr zu dieser Sorte Mensch gehört, dann lest bitte weiter und lasst uns gemeinsam leiden. Zu Dracos hinterhältigem Vergnügen nahm MacLagan seine Einladung an und schaute einige Wochen später auf dem Quidditch-Feld des Männer vorbei. Es ereignete sich eine unglückliche Abfolge von Ereignissen, nasse Bedingungen, schrecklich aggressive Klatscher, temperamentvolle Besen, die definitiv und absolut nichts mit Draco zu tun hatten, aber letztendlich dazu führten, dass MacLagan aus 30 Meter Höhe von seinem Besen stürzte. Ich sage, meldete sich Davis zu Wort, während er beobachtete, wie MacLagan von einigen Medi-Hexen vom Spielfeld gekarrt wurde. Dieser Klatscher hatte es auf den Kerl abgesehen. Ich habe ihn noch nicht einmal hart getroffen, schnaupte Zabini. Armerkerl, ließ Draco verlauten. Es wurde zum ersten Mal seit langem wieder geflogen, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Vielleicht können Klatscher Angst riechen, überlegte Zabini. Ich hoffe, es hält ihn nicht vom Sport ab, seufzte Davis. Wir brauchen einen anständigen Hüter. Bigfoot zieht nach Spanien. Die allgemeine Stimmung war nach dem Unfall etwas gedämpft. Die Spieler beschlossen, für diesen Abend Schluss zu machen, verabschiedeten sich und des Separierten, um zu duschen. Alle außer Draco. Der nämlich, im Gegensatz zu ihm, feststellte, dass der Unfall auf seine eigene Moral eine eher stimulierende Wirkung hatte. Er verließ das Spielfeld ziemlich beschwingt. Es gab etwas, über das Granger sich beschweren wollte. Dieser Umstand wurde von ihrem silbernen Otter eingeläutet, der Draco gleich am nächsten Abend aufsuchte. Das Timing war scheußlich. Draco befand sich gerade inmitten einer heiklen Beschattung in Follmeer und war kurz davor, den berüchtigten Thomas Telfrin festzunehmen. Du! Du hast versprochen, nicht zu unternehmen! kreischte Crangers Otter in Dracos Gesicht. Du bist das Allerletzte! Der schrille Klang von Crangers Stimme hallte durch die Gasse, in der Draco sich versteckt hatte. Telfrin, der in einem Türrahmen außerhalb von Dracos Super-Reichweite gestanden und geraucht hatte, zuckte zusammen und es apparierte. Verfügte Scheiße, zischte Draco. Der Otter, der seine Botschaft losgeworden war, verschwand. Mit einem Knurren zog Draco Crangers Kalender hervor. Sie war zu Hause, was glänzend war, denn er würde sie umbringen. Er apparierte äußerst mies gelaunt zu ihrem Cottage. Dort fegte er ihre Schutzzauber beiseite, stürmte den Weg bis zu ihrer Haustür hinauf und hämmerte dagegen. Cranger zog die Tür mit einer Vehemenz auf, die deutlich werden ließ, dass auch sie auf dem Kriegspfad war. Du bist eine verdammte Idiotin! schnarrte Draco zur Begrüßung. Ich? rief Cranger. Ihre Augen blitzten ihm wild entgegen. Ich? Du bist der Idiot! Du hattest nicht das Recht dazu, dich an McLengen zu vergreifen! Du hast mit deinem dummen Otter gerade meine beste Chance ruiniert, den verdammten Telferin zu schnappen! Wegen dir ist McLengen in der Notaufnahme gelandet! Ich verfolge Telferin seit drei verdammten Monaten! knurrte Draco. Rate mal, weil letzte Nacht in der Notaufnahme die Schicht hatte! kreischte Cranger. Die Liste mit Telferins Anklagepunkten ist länger als mein Arm. Jagd auf seltene Tierwesen, Fälschungen, illegale Tierkämpfe, organisiertes Verbrechen, Grausamkeit gegenüber magischen Kreaturen, Erpressungen. Ich musste mich vier verdammte Stunden lang um diesen Neanderthaller kümmern. Du hast ihm sämtliche Gliedmaßen gebrochen! Unterschlagung, Überfälle, Schmuggelei! Du hast es komplett vermasselt! Jetzt ist er wieder weg! Dank dir konnte McLengen letzte Nacht seine verdammte heise Krankenschwestersfantasie ausleben! fauchte Cranger und stieß ihren Zeigefinger in Dracos Brust. Draco schnappte sich ihre Hand und drückte sie nach unten. Wenn du in der Lage dazu gewesen wärst, deine verdammten Gefühle unter Kontrolle zu behalten, dann würde mein Mann jetzt Handschellen tragen. Aber nein, du musstest ja unbedingt deinen tollwütigen Otter schicken! Meine Gefühle, loderte Cranger auf. Du bist doch derjenige, der sich wegen McLengen dermaßen aufgeregt hat. Du bist diejenige, die meine Beschattung mit ihrem Gekreische spektakulär versaut hat. Wenn du dein Versprechen gehalten hättest, wäre das alles nicht passiert. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Der Mann ist von seinem Besen gefallen wie der hohlköpfige Schwachkopf, der er nun einmal ist. Ich glaube dir kein Wort. Gott, glaub was du willst! Das werde ich! Du bist ein opportunistischer, brutaler Vollidiot! Du bist eine verdammte, streitsüchtige Giftspritze! Ich kann dich nicht ausstehen! Ich kann dich nicht ausstehen! Dann standen sie da, die Gemüter in Flammen, die Lippen geöffnet mit hektischen Atemzügen und warteten darauf, dass der jeweils andere die nächste wissige Antwort ausspuckte, damit sie fortfahren konnten, sich gegenseitig die Köpfe abzureißen. Irgendwie waren sie sich zwischen Schreiwettbewerb und Zeigefingerpieksen ziemlich nahe gekommen. Granger stand auf dem Türstopper, sodass ihre Größe ausnahmsweise fast der von Draco entsprach. Er spürte ihren Atem an seinem Kinn flattern. Sie glühte vor Wut. Ihr Blick war von der Hitze ihrer Anschuldigungen entflammt. Ihre Wangen hatten sich gerötet. Sie wollte ihn genauso erwürgen, wie er sie erwürgen wollte. Und dann gab es diesen einen Moment des Wahnsinns, in dem der Drehpunkt zwischen Wut und Leidenschaft schwankte und kippelte. Er könnte sie erwürgen, oder aber er könnte seinen Mund auf ihren pressen, um irgendetwas gegen die Intensität dieses Gefühls zu tun. Um sie zum Schweigen zu bringen. Um zu beweisen, dass er recht hatte. Diese irrwitzige Möglichkeit war scheinbar ansteckend. Ihre Augen huschten zu seinem Mund. Dann plinzelte sie, als wäre sie aus einer Trance erwacht, und wirkte schockiert. Draco registrierte, dass er immer noch ihre Hand hielt, ließ sie los und trat einen großen Schritt zurück. Granger tat dasselbe und machte dabei den Eindruck, sie würde lieber zurück in die Krypta schlendern und sich freiwillig auf den Crucio-Teppich werfen, als vor ihm zu stehen. Die Röte kroch von ihren Wangen bis zu ihrem Nasenrücken hinauf. Draco, den der Moment völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, kreusperte sich, suchte nach irgendwelchen passenden Worten, es kam nichts, und verkündete schließlich, er würde nun besser gehen, da es dunkel wurde. Granger sah überall hin, nur nicht zu ihm. Alles klar. Beide zufrieden mit diesem reifen, robusten Abschluss ihres Streits, traten sie noch weiter auseinander und Granger schickte sich an, die Tür zu schließen. Irgendwo im Garten erklang ein langes, anhaltendes Maunzen. Durch die Schatten näherte sich ihnen ein orangefarbener Fleck. Der Kater verharrte an Dracos Füßen, wandte sich um seine Stiefel, als würde er ihm damit ein großes Geschenk machen, und bedeckte seine Hose mit orange. Das erwischte Draco fast genauso sehr auf dem falschen Fuß wie der Moment mit Granger. Er wusste kaum, was er mit sich anfangen sollte. Als er sich jedoch bückte, um den Kater zu streicheln, fauchte dieser ihn an und floh zurück in den dunklen Garten. Zu seinen Bedingungen. Und zwar nur zu seinen Bedingungen, murmelte Granger. Penetantische Kreatur. Das ist er. Granger betrachtete eingehend ein wenig abblätternde Farbe am Typpfosten. Draco starrte die Glycinia an. Granger biss sich auf die Lippe. Habe ich wirklich deine Beschattung ruiniert? Ja. Ist MacLagan letzte Nacht wirklich bei dir gelandet? Ja. Sie murmelten beide etwas, das für einen Zuhörer mit unglaublich scharfen Ohren eine Entschuldigung hätte sein können, in einer Sprache, die hauptsächlich aus Gemurmel und Räuspern bestand. Ihre brodelnde Wut wieg nun einem gewissen Grad an Scham, was Draco geschickter zu verbergen bemochte als Granger. Hat er sich wirklich alle Gliedmaßen gebrochen? Wollte Draco wissen. Alle. Und eine Gehirnanschaltung obendrein. Ah. Armer Junge. Und du sagtest, illegale Tierkämpfe? Hakte Granger mit ein wenig Feldverbesserer Angst in ihrer Stimme nach. Nun, du Hetze. Nickte Draco. Telfon hat ein verdammtes Vermögen damit gemacht. Nun, du? Wie kann er so eins überhaupt gefangen halten? Wir sind uns nicht sicher. Zweifellos mit Beruhigungscocktails. Oder mit Schockzaubern. Scheiße. Konstatierte Granger und sah nun schuldbewusst rein. In der Tat. Das Gespräch verebte. Die langen Wedel der Glycinie flatterten im Wind, also betrachtete Draco sie aus purer intellektueller Neugier erneut. Granger zeigte ein starkes Interesse für einen Riss in der Türschwelle. Draco setzte gerade dazu an, schon wieder zu sagen, dass er nun gehen musste, als Grangers Haltung sich plötzlich änderte. Sie war nicht mehr so positioniert, als wenn sie ihm gleich an die Gurgel gehen würde. Stattdessen hatte sie sich schon halb dem Hausflut zugewandt und schien wegen irgendetwas zu zögern. Normalerweise hätte Draco sie grob dazu aufgefordert, es einfach auszuspucken, aber am heutigen Tag hatte er irgendwie das Gefühl, den Toleranzbereich, was seine Grobheit ihr gegenüber betraf, bereits überschritten zu haben. Granger räusperte sich und sprach mit leiser Stimme. Ich hätte da etwas, das ich dir zeigen wollte. Was ist das? Granger verschwand im Cottage und kehrte mit einem Zeitungsausschnitt zurück. Sie reichte ihn an Draco weiter. Er stammte von der siebten Seite des Tagespropheten und trug den Titel Plünderung in der Provence. Der Artikel berichtete über den Diebstahl einer Reliquie aus einem Kloster, von dem Draco gewiss noch nie zuvor in seinem Leben gehört hatte. Die Einbrecher wurden als unvergleichlich mächtige Personen mit einer Vorliebe für Brandstiftungen beschrieben, die dazu in der Lage gewesen waren, die nahezu undurchdringliche Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden, welche eigentlich seit dem Jahr 1008 als unbezwingbar gegolten hatten. Unsere Leser werden genauso verblüfft sein wie die Ermittler, wenn sie erfahren, dass die wertvolle Reliquie der Schädel einer Heiligen bereits wenige Tage nach dem Einbruch anonym an das Kloster zurückgegeben wurde. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei den Einbrechern um Abenteuerlustige gehandelt haben könnte, die lediglich eine Herausforderung gesucht haben. Einige der Schwestern wurden während des Einbruchs verletzt, wenn auch nicht lebensbedrohlich. Auf die Frage, ob man die Ermittlungen fortsetzen würde, antworteten die französischen Behörden, Quelle question idiot! La Reliquie est de retour, non? Unser Korrespondent interpretiert dies als ein Nein. Ich habe meine alliterative Schlagzeile bekommen, stellte Draco fest. Das hast du. Cranger verkrallte ihre Hände ineinander. Und ich habe bekommen, was ich absolut nicht wollte, nämlich Werbung. Du wirst sicherlich die Hauptverdichtige sein, spottete Draco. Jeder weiß, dass die heißgeliebte Heilerin Hermine Cranger insgeheim eine abenteuerlustige Brandstifterin ist. Cranger warf ihm einen tadelnden Blick zu. Hör auf, dich lustig zu machen! Mach ich gar nicht. Du bist eine gefährliche Art von Hexe. Cranger zupfte den Artikel aus Dracos Hand, zog ihren Zauberstab und setzte den Zeitungsausschnitt in Brand. Siehst du, noch mehr Brandstiftung, sagte Draco. Und nun können wir zu der Liste der Verbrechen auch noch das Vernichten von Beweisen hinzufügen. Du wirst mich noch verhaften müssen, wenn dieses problematische Benehmen meinerseits anhält. Ich denke bereits darüber nach. War der Schädel wenigstens nützlich? Bitte sag mir, dass es den Aufwand wert war. Das war's, sagte Cranger. Ungemein. Ich habe große Fortschritte erzielt. Gut. Cranger lehnte sich gegen den Türrahmen. Ein wenig von ihrer unangenehmen Anspannung war verschwunden. Mein nächstes Herumtollen wird im Vergleich dazu verheerend langweilig sein. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Es ist wahr. Ich statte nur Hogwarts einen Besuch ab. Und was suchst du dort? Einen mittelalterlichen Text. Einen aus Snape's Sammlung. Ah, machte Draco. Snape hatte Hogwarts seine gesamte private Bibliothek vermacht. Und damit den schulischen Bestand an seltenen Büchern fast zu umfangreich werden lassen, wie denen der meisten Universitäten. Es wird erst im Spätsommer soweit sein. An Lunasat. Nur gemerkt nicht, weil irgendwelche magischen Potenzen im Spiel sind. Es ist einfach mein nächstes freies Wochenende, bevor... ein schriller Ton unterbrach sie. Dracos erster Gedanke war, dass es sich um einen Alarmzauber handelte. Er wirbelte herum und zückte seinen Zauberstab in der Absicht, den etwaigen Eindringling zu verstümmeln. Crancher schnappte nach Luft. Ich habe den Herd angelassen. Wenn Draco es sich recht überlegte, dann hatte er tatsächlich etwas Verbranntes gerochen. Doch er hatte angenommen, es wäre der Zeitungsartikel gewesen. Crancher stürzte ins Haus. Draco folgte ihr, da er sich das Entertainment, welcher Art auch immer, nicht entgehen lassen wollte. Sie zog etwas aus dem Backofen. Es war ziemlich schwarz. Draco öffnete ein Fenster und beschwor eine steife Brise herauf, um den Raum zu lüften. Nun, schniefte Crancher und sah dabei traurig aus. Das war mein Abendessen. Hm, machte Draco und beobachtete die verkohlten Überreste. Er hatte naiverweise angenommen, dass ihre Quelle der Boot erschöpft war. Er lag falsch. Crancher hatte scheinbar stets einen zusätzlichen Vorrat an Zornauflager. Das ist deine Schuld, schnappte sie nämlich nun und drehte sich zu ihm herum, wobei sie eine Hand in die Hüfte stemmte. Du hast mich abgelenkt. Was sollte es denn werden? fragte Draco, um zu ergründen, ob er ein schlechtes Gewissen haben musste oder nicht. Crancher deutete auf den Mülleimer. Eine Schachtel ragte dabei hervor, was ein Hinweis darauf zu sein schien, dass es sich um Miss Marbles gefrorene Fischpastete handelte. Ich bereue nicht das Geringste, gab Draco sofort zu. Crancher löffelte den geschwärzten Haufen zu der Verpackung in den Mülleimer, wo er, Dracos Meinung nach, sowieso von Anfang an hingehört hätte. Jetzt wühlte Crancher in ihren Küchenschränken herum, deren Inhalt sich auf zwei Dosen Thunfisch, getrocknete Linsen und eine Packung Kekse beschränkte. Dann läuft es wohl auf ein Takeaway hinaus. Normalerweise schaue ich am Wochenende in den Supermärkten vorbei. Hör auf, so verdammt kritisch reinzuschauen! Draco, der angesichts der getrockneten Linsen tatsächlich sehr kritisch war, kam eine ungestüme, verrückte und wilde Idee. Granger! Was? Ist mit mir zu Abend. Granger, die schon auf halbem Weg nach Narnia verschwunden war, um eine alte Packung Cracker aufzustöbern, zog sich wieder aus ihrem Schrank hervor. Was? Draco wiederholte es langsam und gestikulierte zwischen ihnen, damit sie es verstand. Du. Ich. Abendessen. Bei all dem Schock, den seine Idee in Nia vorrief, hätte er auch genauso gut vorschlagen können, eine Kinderklinik in Brand zu setzen. Du willst mit mir zu Abend essen? Heute Abend? Absichtlich? Nein, spottete Draco mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus. Aus Versehen. Wir stolpern mit offenem Mund zum Tisch und fallen auf ein paar hors d'oeuvres. Granger seien immer noch misstrauisch an. Draco verdrehte seine Augen zur Decke. Sie machte so ein Ding daraus. Ich verspreche dir, wenn ich dich hätte vergiften wollen, dann hätte ich es bei meiner Ankunft getan und nicht erst jetzt. Im Männa wartet eine ziemlich große Menge Essen auf mich und es würde den Elfen gefallen und, fügte er hastig hinzu, meine Mutter ist in Florenz. Sie betrachtete ihn immer noch mit argwöhnischer Verwirrung und hatte ihre Arme in der typischen Granger-Verteidigungshaltung verschränkt. Warum? Weil es meine Schuld ist, dass du deine Papastete verbrannt hast. Grangers hochgezogene Augenbraue deutete an, dass er ihr die Bedenken diesbezüglich verzeihen musste, denn immerhin waren viele Dinge seine Schuld und bisher hatte er nie versucht, irgendetwas davon wieder gut zu machen. Sollen wir gehen? fragte Draco und ignorierte diese ziemlich gerechtfertigten Bedenken. Granger stand regungslos da und musterte ihn skeptisch, als würde sie versuchen, seine Hintergedanken zu lesen. Es war ein krasser und unangenehmer Kontrast zu der typischen Reaktion einer Hexe auf eine Einladung zum Abendessen von Draco Malfoy, die normalerweise aus einer atemlosen Zusage und sehr viel Gekicher bestand. Nicht, dass er sie zu einem solchen Abendessen einlud, er registrierte lediglich den Unterschied. Der Geruch von verbrannter Fischpastete wehte aus dem Mülleimer und legte sich in einer sanften, tragischen Aura um sie. Das spornte Granger zum Handeln an. Sie drückte den Deckel des Mülleimers energisch zu, drehte sich herum und verschwand in Richtung Treppe. Frauen liefen in der Regel nicht vor Draco davon, ganz im Gegenteil. Es war ein gleichermaßen ungewohntes wie unangenehmes Gefühl. Hey, schnaubte Draco verärgert. Ich werde mich umziehen, rief Granger. Ich gehe nicht in meine Schlafsachen ins Manner. Außerdem rieche ich verbrannt. Als er sie und ihren Hintern in den kurzen Muggelshorts die Treppe hinauf sprinten sah, wollte Draco vage anmerken, dass er nichts gegen die Schlafsachen einzuwenden hatte. Vor allem, da nur sie beide beim Abendessen anwesend sein würden und es daher ohnehin egal war. Und außerdem roch sie öfters ein wenig nach Kerzenrauch und das störte ihn nicht am geringsten. Allerdings war Granger zwischenzeitlich im ersten Stock angekommen und somit behielt Draco diese rührseligen Gefühle für sich. Er wartete, während sie sich umzog, was ungefähr zwei Werktage dauerte. Dann kam sie in einem roten Sommerkleid die Treppe heruntergestürzt. So, jetzt bin ich vorzeigbar. Vorzeigbar für wen? Ich weiß nicht, erwiderte Granger und band ihr Haar zu einem tiefsitzenden seitlichen Dutt zusammen, der irgendwie sowohl elegant als auch unordentlich war. Mit ihr zusammen zu sein, zieht das Chaos an. Ich befürchte schon halb, dass Shacklebolt beschließt, auf einen Plausch vorbeizuschauen. Draco war der Meinung, dass sie diejenige war, die das Chaos anzog, aber egal. Ich hoffe eigentlich sogar, dass er das tut. Dann kann der Tongs davon berichten, dass ich eine Beziehung zu meiner Klientin aufbaue und gar kein schlechter Tyrann bin. Du bist kein Tyrann. Du bist einfach nur penetrant, erklärte Granger und schlüpfte in ihre Riebchensandalen. Ich bin penetrant. Ein wenig herrisch, wenn man es genau nimmt. Oh, das ist absurd. Sie apparierten zum Hytre, floten zum Spahn und apparierten dann von dort zum Männer. Es war die gleiche Bewegungsbahn, die sie in jener schicksalshaften Nacht eingeschlagen hatten, als Granger auf dem Quidditch-Feld des Männer aufgetaucht war, nur umgekehrt und unter weniger verzweifelten Umständen. Dieser Gedanke schien auch Granger in den Sinn gekommen zu sein, nachdem sie sich im Männer materialisiert hatten. Gerade als Draco ja einen verstohlenen Blick zuwarf, begegnete Granger seinem Blick. Dann hob sie ihre Hand. Diese zitterte nur leicht. Ein Fortschritt, verkündete Granger. Gut gemacht, murmelte Draco mit leiser Aufrichtigkeit. Die großen Eingangstüren des Männers öffneten sich, als sie dem Haus näher kamen. Einer der jüngeren Hauselfen hastete mit einer schrillen Begrüßung durch die Eingangshalle und dann fiel sein Blick auf Granger. Er quietschte überrascht, disapparierte und seine hohe Stimme heilte aus der Küche wieder. Meister ist zu Hause und er hat einen Darm mitgebracht, macht Schlagsahne. Dann apparierte der Elf wieder zu ihnen, als wäre überhaupt nicht fort gewesen. Willkommen, Sir und Miss. Danke, Toupé. Könntest du in der Küche Bescheid geben, dass ich von meiner Kollegin, heilerin Granger, zum Abendessen begleitet werde? Draco hätte mit dieser Klarstellung genauso gut das Herz des Hauselfen brechen können. Natürlich, Sir, hauchte er und seine großen Augen fühlten sich mit plötzlicher Verwüstung. Und wir wollen auf der Südterrasse essen, fügte Draco hinzu. Toupé verneigte sich und disapparierte. Aus der Ferne erklang seine schrille Stimme, um die Bestellung der Schlagsahne zu annullieren. Granger sah amüsiert aus. Schlagsahne? Weg ist es, entgegnete Draco. Beginnen wir mit einem Aperitif. Ich glaube, wir haben gerade eine Panik in der Küche ausgelöst. Granger war dieses Mal nicht mehr so sehr auf ihre Füße fixiert wie bei ihrem letzten Besuch. Sie sah sich um, betrachtete die weißen Wände, die Ansammlungen verzauberter Kerzen, die alle paar Schritte in der Luft schwebten und die Feuer, die in den vielen Kaminen loderten. Das neue Männer war mit Abstand nicht mehr so trist wie das alte. Draco führte sie zu einem der Salons, der mit einer großen Auswahl an allerlei Snacks ausgestattet war. Sie hatten gerade einmal 20 Sekunden Zeit, um sich einen Platz auszusuchen und nach den Oliven zu greifen, bevor Toupé erneut auftauchte und sich erkundigte, was sie trinken wollten. Einen Kognak für mich, sagte Draco. Und für Kollegin Heilerin Cranger? fragte Toupé. Rotwein bitte. Cabernet Sauvignon? Melo? Spätburgunder? Malbec? zählte Toupé auf. Cranger schien von dieser Flut in Auswahl gelähmt zu sein. Ähm, ich probiere mal den Malbec. Vielen Dank. Toupé verneigte sich und dissaparierte. Als nächstes kam Henriette, die ihre Aufregung etwas besser verbergen konnte. Lediglich ihre zuckenden Ohren verrieten sie. Mademoiselle Cranger, piepste sie mit einem Knicks, bevor sie ihr ein Tablett anbot. Volate, coquette, noir et piqué au piri-piri, plein de saumont et de chèvre au pesto. Das Tablett mit Amusegöl blieb neben Cranger in der Luft schweben. Henriette dissaparierte. Cranger öffnete ihr Mund, um etwas zu sagen, aber es gab einen weiteren Knall und Toupé apparierte mit den Getränken. Draco wurde sein eigenes Glas mit der üblichen Höflichkeit überreicht, doch Crangers wurde mit größter Sorgfalt in ihrer Hand drapiert. Toupé dissaparierte. Draco öffnete seinen Mund, um zu sprechen, doch schon apparierte ein dritter Elf aus der Küche, um zu fragen, ob Kollegin heilerin Cranger irgendwelche Allergien oder Vorlieben habe, über welche die Küche Bescheid wissen sollte? Hatte sie nicht. Der Küchenelf dissaparierte. Cranger versuchte, einen Kommentar abzugeben, aber Henriette materialisierte sich samt Zervierten und winzigen Gabeln erneut und dissaparierte anschließend wieder. Draco und Cranger beäugten sich misstrauisch, als endlich Stille über den Salon hereinbrach und erwarteten halb, dass ein weiterer lauter Knall ihren nächsten Gesprächsversuch unterbrechen würde. Sie sind ein wenig intensiv, nicht wahr? häusperte Cranger sich. Sie brennen förmlich darauf, Gäste zu empfangen, erklärte Draco. Wenn meine Mutter nicht hier ist, gibt es immerhin keine Veranstaltungen auszurichten und sie müssen nur mich verpflegen. Dieses Tablett ist als Abendessen schon vollkommen ausreichend, schnaubte Cranger und wählte einen Lachsplini aus. Ähm, nein. Spar dir deinen Appetit. Sie schlängelten sich zur Südterrasse. Es war eine herrliche Sommernacht, sie war warm, aber mit einer milden, verspielten kleinen Brise gesegnet. Der Wind zupfte an den Strähnen, die aus Crangers Haarknoten entflohen waren und spielte mit dem Saum ihres Kleides. Nicht, dass Draco sie betrachtet hätte. Das Gelände wurde nachts von verzauberten Kerzen, die an den Füßen aller Bäume platziert waren und von Laternen, die sich entlang der Fußwege reiten, beleuchtet. In gewisser Weise war die Wirkung sogar noch prächtiger als tagsüber. Die Fontänen und Wasserspiele schimmerten und die Blumen leuchteten, als würden sie von innen heraus glühen. Drake hoodies Cranger zurück, damit sie einen Ausblick auf die Gärten bewundern konnte, während er selbst vorausging, um nachzusehen, ob der Tisch bereits gedeckt war. Er war zufrieden damit, was die Hauselfen so kurzfristig auf die Beine gestellt hatten. Ein selberner Tisch, zwei Stühle, eine Fülle von Sommerblumen, die der Nachtluft ihren Duft verliehen und eine wahre Extravaganz an Laternen und Lichterketten. Es war jedoch furchtbar romantisch. Henriette hatte, in Anbetracht der Tatsache, dass Draco Cranger als seine Kollegin vorgestellt hatte, viel zu dick aufgetragen. Er hatte in diesem Sommer schon unzählige Abendessen und Trinks mit Kollegen oder Mitarbeitern auf die Terrasse eingenommen. Doch bisher hatte Henriette es nie für nötig gehalten, den Tisch mit Rosen zu dekorieren. Roten Rosen. Henriette, rief er. Oui, erwiderte Henriette, nachdem sie neben ihm aufgetaucht war. Du bist ein Schlingel. Je ne connais pas Simon, erwiderte Henriette unschuldig und zuckte mit den Achseln. Die Rosen, Henriette. Was ist mit den Rosen, Monsieur? Sie sind zu viel. Zu viel von was, Monsieur? Zu viel von allem, Henriette. Ils font se leser, se te russeler, Monsieur. Was natürlich genau das war, das Draco noch gefehlt hatte. Ungebetene Mystik darüber, dass er sich selbst erlauben sollte, sich verzaubern zu lassen. Bringen sie weg, Henriette. Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer Blüte, Monsieur. Es wäre schade, sie zu verschwenden. Trotzdem möchte ich. Oh, erklang Quintas Stimme. Die Rosen. Henriette warf Draco einen langen Blick zu, der ihm zu sagen schien, dass sie es, wie immer, am besten wusste und er sich, wenn er denn eines Tages aufhören würde, sie zu hinterfragen, auch nicht mehr lächerlich machen würde, der dumme Junge. Granger blieb vor dem Tisch stehen und presste ihre Hände gegeneinander. Wie schön, diese Sorte habe ich noch nie gesehen. Sind die gefüllt und die Farbe, sie ist so intensiv. Das ist die Apolline, erklärte Henriette. Der Rosengarten ist voll von Ihnen, Mademoiselle. Nach dem Essen sollten Sie dort spazieren gehen. Ich bin mir sicher, der Monsieur wird Sie gern begleiten, da Madame Malfoy abwesend ist. Besagter Monsieur warf Henriette angesichts dieser neuerlichen Frechheit einen verknüffenden Blick zu. Granger jedoch fand großen Gefallen an der Idee, verkündete, dass sie es lieben würde und fragte, woher die Apolline ursprünglich käme und wie lange sie diese schon hätten und so weiter und so fort. Zuerst das Essen und dann die weibliche Ekstase betreffend des Rosengartens mischte Draco sich ein. Granger und Henriette bedachten ihn beide mit einem kühlen Blick und ließen ihn spüren, welch geringe Meinung sie von ihm hatten. Henriette deutete an, dass sie den ersten Gang bringen würde. Granger zog ihren Stuhl mit einem Schniefen zurück. Ich möchte wirklich nicht, dass meine weibliche Ekstase bei einem männlichen Appetit im Weg stehen. Draco versteckte ein Grinsen hinter seinem Cognac-Glas. Und was weißt du über meinen männlichen Appetit? Nur, dass er unerbitterlich ist. Genau. Und dein Urteilsvermögen beeinträchtigt. Manchmal. Dann lass uns hoffen, dass Henriettes Entree deinen männlichen Appetit befriedigt, dann kann ich vielleicht ein ungestörtes, zivilisiertes Gespräch über Ros mit dir führen. Teilweise befriedigt. Vermutlich. Granger betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen. Ganz so, als hätte sie die Doppeldeutigkeit bemerkt, wäre sich aber nicht sicher, ob er es ernst meinte. Draco beschloss, sie in der Ungewissheit schmoren zu lassen. Du, du, frä! Décortiqué! Passons le soir! verkündete Henriette, als Tupi und sie mit Krabben und Kräuterbutter erschienen. Sie aßen. Granger nahm nur kleine Bissen, wozu sie stets neigte und ließ sich von langen Blicken über die Terrasse und auf das von Kerzen erleuchtete Grundstück ablenken. Gerade hatte sie das Kinn auf den Handrücken gestutzt und betrachtete die vergängliche Schönheit einer Reihe von Pappeln, deren junge Blätter im Wind zitterten wie silberne Medaillons. Draco war schon kurz davor, sie dabei zu unterbrechen und ihre Aufmerksamkeit wieder auf die wichtigen Dinge zu lenken. Sich selbst. Aber es war eigentlich auch ziemlich nett, in kameradschaftlicher Stille dazusitzen und an den Drinks zu nippen. Abendessen im Manner stellten normalerweise von der Tagesordnung getriebene Angelegenheiten dar, bei denen entweder der Gast oder Draco etwas zu gewinnen oder zu verlieren hatte. Dieses hier hingegen war einzigartig, da es vollkommen frei von solchen Belastungen war. Draco musste sich nicht durch undurchsichtige Gespräche manövrieren und wusste, dass er ebenfalls nicht manipuliert wurde. Sie aßen lediglich zusammen, da er eine kleine Wiedergutmachung für eine verbrannte Fischpastete leistete. Cranger hatte keine anderen seltsamen Absichten, was sein Vermögen oder seine Person betraf. Manchmal war es leicht, mit ihr zusammen zu sein. Risotto und Basilik, kündigte Henriette an, fegte die Krabben vom Tisch und stellte stattdessen zwei Teller mit jeweils einem dicken Klecks Risotto vor sie. Das Basilikum waberte köstlich darüber. Woher weißt du überhaupt so viel über Rosen? wollte Draco schließlich wissen. Meine Mutter hat sie früher gezüchtet, antwortete Cranger bemüht unbekümmert. Früher? Hat sie das Hobby aufgegeben? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Eltern seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Oh. Angesichts der Tatsache, dass sie versuchte, unberührt zu wirken, stellte Draco ihr keine weiteren Fragen zu diesem Thema, was seiner Meinung nach große Behutsamkeit zeigte. Cranger fuhr jedoch einfach fort. Ich habe sie während des Krieges obliviert, habe sie nach Australien geschickt, um sie ins Herd zu bringen. Als ich sie dann wiedergefunden habe, war es bereits zu spät, um den Zauber rückgängig zu machen, ohne dabei zu riskieren, dass er Verstand Schaden nimmt. Sie leben ziemlich glücklich in Adelaide und haben keinen blassen Schimmer davon, dass sie jemals eine Tochter hatten. Ah. Nun ja. Das war genau das, worauf Draco gehofft hatte. Einige unbeschwerte Erinnerungen an einstige Kriegstragödien. Er machte sich gar nicht erst die Mühe, Worte des Mitgefühls zu finden, da er in so etwas nicht sonderlich gut war und sie ohnehin nicht geglaubt hätte, dass er es aufrichtig meinte. Das erklärt, warum du so vorsichtig mit dem Obliviate umgehst. Draco nickte langsam. Oh ja, das war eine harte Lektion. Gedanken, Erinnerungen sollten nicht leichtfertig manipuliert werden. Und ich habe sogar welche im Wert von mehr als 18 Jahren systematisch auseinandergenommen. Das hatte Konsequenzen. Und es hat deine Eltern am Leben erhalten, gab Draco zu bedenken. Das hat es. Zu einem gewissen Preis. Cranger trank ihren Wein aus. Wie auch immer, es ist ein zu schöner Abend, um rührselig zu sein. Lass uns über andere Dinge sprechen. Draco trank seinen Kognak aus, damit sich ihr leeres Glas nicht einsam fühlte. Was das betraf, war er einfühlsam. Er musterte Cranger. Du siehst aus, als hättest du bereits ein Thema im Sinn. Gebrochene Versprechen, entgegnete Cranger sofort. In ihrer Aussage schwang ein vorwurfsvoller Ton mit. Draco hob eine Augenbraue und fühlte sich ein wenig angegriffen. Ich habe ein Versprechen gebrochen? Ja. Habe ich. Erleuchte mich. Gerade als Cranger den Mund aufmachen wollte, tauchte Tupi neben ihnen auf, um einen Sauvignon Blanc für den nächsten Gang vorzuschlagen, da es sich bei eben jenem um Fisch handelte. Draco und Cranger stimmten zu. Tupi servierte den Wein und es apparierte. Der Bericht der Archäologen über die keltischen Ruinen, sagte Cranger. Die, die ihr unter den Kerkern gefunden habt. Du hast die mir nie geschickt. Draco lehnte sich in einem theatralischen Schock zurück. Du hast recht, das habe ich nie getan. Du hast mich en flagrant delit erwischt. Tschüssi, erwierte Cranger mit ernster Miene. Ein schrecklicher Vertrauensbruch. Wirst du mir jemals vergeben? Nein, ich habe ziemliche Lust, deswegen einen furchtbaren Kreuz zu hegen. Vielleicht werde ich eine groß angelegte Fähle starten. Du sagst das so, als ob die Häuser Cranger und Malfoy sich nicht bereits bekämpft hätten, merkte Draco an. Stimmt, gab Cranger zu. Während sie über diese neue Komplexität nachdachte, winkte Draco Henriette zu ihnen hinüber und schickte sie dann los, um den Bericht der Archäologen zu holen. Henriette kehrte mit einer dicken Pergamentrolle in den Händen und einem fragenden Gesichtsausdruck zurück. Dann bot sie an, andere Lektüre zu holen, die besser zu einem Sommerabend passen würden, wie zum Beispiel einige Bücher über französische Poesie? Nein, danke Henriette, das ist alles, winkte Draco ab. Die Mademoiselle hat einen besonders literarischen Geschmack und liest Liebergeschichten über tote Mönche. Henriette disapparierte mit einem Kopfschütteln. Cranger nahm die Schriftrolle mit einem Lächeln auf den Lippen entgegen. Wenn du es so ausdrückst, dann klinge ich garantiert eigenartig. Draco zuckte mit den Schultern. Eigenartig ist es zumindest nicht langweilig. Ich akzeptiere deine schlecht vorgetragene, hinterhältige Entschuldigung von einem Kompliment, schnaubte Cranger und entrollte das Pergament. Ich will einfach vermeiden, dass du arrogant wirst, weißt du. Stimmt, an dieser Front bist du sehr wachsam. Cranger versank in den Bericht und ließ das Risotto auf ihrem Teller kalt werden. Gelegentlich erinnerte sie sich an Dracos Anwesenheit, was durch ein Oh signalisiert wurde, dem sogleich das Vorlesen des ein oder anderen faszinierenden Abschnitts folgte. Henrietta apparierte mit dem nächsten Gang und warf Cranger einen tadelnden Blick zu, nachdem sie die Situation kritisch beobachtet hatte. Cranger zuckte zusammen, platzte mit einer Entschuldigung heraus und steckte die Schriftrolle weg. Sie sah beschämend aus, als Henrietta das Risotto nun ein geronnener Klumpen verschwinden ließ und es durch den Fisch ersetzte. Henrietta setzte den Teller mit dem Fisch und den Antischocken ziemlich energisch vor Cranger ab, was wohl andeuten sollte, dass sie noch etwas zu hören bekommen würde, sofern sie nicht alles aufaß. Die Wirkung von Henriettes bedrohlichem Gehabe wurde ein wenig dadurch gemildert, dass ihre Nase kaum über den Tisch ragte. Cranger jedoch sagte mit großen Augen, dass der Stein absolut köstlich aussehe und stopfte sich unter Henriettes wachsamen Blicken ein paar volle Gabeln in den Mund. Zufrieden des apparierte Henriette. Cranger würgte ihren Fisch mit der Hilfe von etwas Wein hinunter. Draco unterdrückte ein Lachen. Du siehst richtig eingeschüchtert aus. Sie ist beängstigend. Cranger warf einen verstohlenen Blick über ihre Schulter und sah ihn dann wieder an. Und es tut mir leid, das war schrecklich unhöflich von mir. Der Bericht hat mich gefesselt und ich habe es nicht gemerkt. Ich würde gern nach einem Irrwicht suchen, rübelte Draco zwischen seinen eigenen Bissen. Vielleicht gibt es einen in einem der Gästezimmer. Cranger blinzelte. Nach einem Irrwicht? Und wofür? Ich habe das Gefühl, dass Deiner jetzt die Gestalt einer 80-jährigen französischen Hauselfe annehmen würde und ich möchte meine Theorie bestätigen. Cranger biss sich auf die Lippe, um nicht zu lächeln. Du denkst, du bist furchtbar witzig? Das bin nicht, erwiderte Draco. Und welche Form würde Deiner annehmen? Sollten wir wirklich auf Irrwicht Jagd gehen? Draco lehnte sich zurück und presste die Fingerspitzen gegeneinander. Nun, das ist eine gute Frage. Seit dem Krieg ist mir keiner mehr begegnet. Ich rede mir gerne ein, dass es nicht länger Voldemort ist, der wie eine Leiche, die man mit einem Renovate wieder zum Leben erweckt Angst gemacht. Möchtest du, dass ich ehrlich zu dir bin? Ich würde es fortziehen, aber ich erwarte es nicht, schniefte Cranger. Es gab heute diesen einen Moment an deiner Haustür, in dem du den Eindruck gemacht hast, du hättest vor, mich in ein Insekt zu verwandeln und dann zu zertreten. Cranger machte ein Gesicht, als würde sie sich diese neue Idee einprägen wollen. Was für ein Insekt? Keine Ahnung, ich tippe auf eine ekelhafte kleine Kakerlake. Die sind fast nicht zu töten, informierte Cranger ihn und schüttelte dabei den Kopf. Schlechte Wahl, ich würde etwas Matschiges nehmen, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich nicht zuerst verwandeln würde, wenn ich wirklich vorhätte, dich zu töten. Oh, gut, das wäre auch nicht sehr sportlich. Wie würdest du es dann machen? Vielleicht fessele ich dich und lasse Krummbein auf dich los. Dann könnte man mich maximal der Beihilfe zum Mord beschuldigen. Der erste Teil deines Satzes war vielversprechend, bis du den Kater ins Spiel gebracht hast. Cranger nahm keinerlei Notiz von seinem koketten Angebot. Sie war gerade damit beschäftigt, sich an etwas anderes zu auf sein Gesicht gelegt, während er geschlafen hat. Ich hege insgeheim die Befürchtung, dass es Absicht war. Nun, dann ist das klar. Mein neuer Irrwicht ist dein Kater. Cranger erwies ihm nicht die Ehre, aus vollem Herzen zu lachen, aber sie verbarg ein Lächeln hinter einem Schluck Wein. Henriette kehrte zurück, um Crangers Fortschritt zu inspizieren. Cranger beteuerte, dass alles köstlich gewesen sei und besonders die Artischocken die besten gewesen seien, die sie je gegessen habe. Puffe, sie haben sehr viele gesundheitliche Vorteile, wissen sie, die Artischocken, strahlte Henriette. Haben sie? Oui, so viele Nährstoffe und Vitamine. Sie sind doch ein Aphrodisiakum. Henriette disapparierte, nachdem sie diese lebenswichtige Information übermittelt hatte. Cranger betrachtete ihren leeren Teller bestürzt. Nun hätte Draco am liebsten aus vollem Herzen gelacht. Wenigstens weiß ich, was ich zur Verantwortung ziehen muss, falls du übergriffig wirst, grinste Draco. Cranger richtete ihren Blick auf seinen ebenso leeren Teller und sagte, Tito. Tupi und Henriette verschwanden mit den leeren Tellern und servierten den Nachtisch. »Milfie à la Vanille de Bobon«, hauchte Henriette und präsentierte den letzten Gang schwungvoll. Tupi schlug einen süßen Sauterrenwein als Begleitung vor, den Draco und Cranger akzeptierten. Cranger und Tupi verbeugte sich. »Ich bin mir sicher, Miss Mabel macht eine super Fischpastete«, bemerkte Draco. »Pardon? Pardon? Wer ist Miss Mabel?« erkundigte sich Henriette. »Ist das ihre Haushelfe, Mademoiselle?« »Nein«, antwortet Cranger. »Sie ist, ähm, sie macht Fischpasteten, die man in den Läden kaufen kann. Naja, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob sie eine echte Person ist. Es ist wahrscheinlich reines Marketing. Gefrorene Fischpasteten«, sagte Draco zu Henriette. »Tiefkühlpasteten, die Mademoiselle gefroren hält und dann in den Ofen stellt, wenn sie einen halben Moment Zeit hat, um ans Essen zu denken.« Henriette keuchte bei dieser Offenbarung. Tupis Hände flogen zu seinem Mund. »Und falls das fehlschlägt, hat Mademoiselle noch zwei Dosen Thunfisch und ein paar getrocknete Linsen. Das ist der gesamte Inhalt ihrer Küchenschränke.« Draco wurde ernst. »Ich habe in meinem Leben schon viele beunruhigende Dinge gesehen, Henriette, aber Mademoiselles Schränke sind etwas ganz anderes.« Henriettes Hände lagen auf ihrem Herzen. Ihre Augen waren weit aufgerissen. »Nah!« »Oh oui, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. »Monsieur übertreibt dezent!« zerfste Cranger und ihr Griff um ihre Gabel deutete an, dass sie Draco damit pieksen würde, wenn er nicht aufhörte, die Elfen zu empören. »Du hast recht«, warf Draco ein. »Da war auch eine Schachtel Cracker. Nur ein paar Jahre alt. Etwas staubig, aber immer noch gut.« Henriette und Truby sahen Cranger an und schienen den Tränen nahe zu sein. »Ich war in dieser Woche noch nicht einkaufen«, erklärte Cranger und versuchte die Elfen zu beruhigen. »Deshalb war meine Schränke so leer. Ich war eben ein bisschen beschäftigt. Oh ja«, sagte Draco, weil die sonst immer so prall gefüllt sind, nicht wahr? Er hatte auf Crangers Tritt unter dem Tisch gewartet und er kam tatsächlich. Er schnappte sich ihren Knöchel und schnalzte missbilligend mit der Zunge. Cranger versuchte ihren Fuß wieder in Besitz zu nehmen, aber Draco informierte sich stumm darüber, dass ein Tritt in seine Richtung bedeutete, dass sie ihre Fußprivilegien verloren hatte. Henriette bemerkte diesen Austausch gar nicht, denn sie war zu beschäftigt damit, ihre Verzweiflung darüber, dass niemand der Mademoiselle mit ihren leeren Schränken half, kundzutun. Tupi schien am Rande der Hyperventilation zu stehen. Ich habe einen bescheidenen Vorschlag, verkündete Draco. Crangers Bein zuckte. Draco verfestigte seinen Griff. Und das war alles, was es war. Ein Griff. Ihr nackter Knöchel war weich unter seinen Handflächen und seine Finger waren neugierig auf die zarten Konturen ihrer Knochen und darauf, wie es sich wohl anfühlen würde, diese nachts ziehen, doch er tat es nicht. Es blieb ein Griff, denn das hier war Cranger und er hatte überhaupt kein Interesse daran, ihren Knöchel zu streicheln. Und wenn er Interesse daran hätte, was er nicht hatte, dann wären die Artischocken daran schuld. Cranger schien es nicht zu wagen, ihren Fuß vor Henriette lautstark zurückzufordern, denn das hätte unweigerlich zu der unangenehmen Frage geführt, warum sie versucht hatte, den Monsieur am Essstisch zu treten. Und das war ein weitaus größerer Ausrutscher als beim Essen zu lesen. Was für ein Vorschlag, fauchte Cranger wie eine Katze, die man am Genick gepackt hatte. Die Hauselfen langweilen sich ohne meine Mutter und ihre Veranstaltungen zu Tode. Warum gibst du ihr nicht die Erlaubnis, ein- oder zweimal pro Woche vorbeizuschauen und deine Schränke aufzufüllen? Zumindest bis meine Mutter zurück ist. Das ist absolut und Dracook drückte Crangers Knöchel, bevor sie die Elfen noch völlig zerstören würde. Während Cranger sprach, drehten Henriette und Tupi sich zu ihr um. Sie hatten bereits Herzchen in den Augen bei dem Gedanken an die leere Speisekammer, die nur auf ihre Aufmerksamkeit wartete. Henriettes Hände waren an ihre Brust gepresst. Tupis wurden zu einer Art Bittgebet gefaltet. Ihre feuchten Augen schimmerten Regelrecht. Crangers Stimme erstarb. Absolut unglaublich, wollte die Mademoiselle sagen, denke ich, sagte Draco zu den Elfen. Cranger warf ihm einen Blick zu, der andeutete, dass er mit einem zweiten Tritt hätte rechnen können, wenn sie nicht die Angst gehabt hätte, auch noch ihren anderen Fuß zu verlieren. Sie gab den Elfen ihren besten Versuch eines Lächelns. Vielleicht könnten der Monsieur und ich die Einzelheit unter vier Augen besprechen. Ist das ein Ja, miss? keuchte Tupi atemlos. Natürlich ist das ein Ja, rief Henriette mit strahlenden Augen. Mademoiselle wäre niemals so unhöflich, Monsieur's Angebot abzulehnen. Sie ist zu bien élevé. Crangers Lächeln war ziemlich steif. Die Elfen verwolkten sich und knicksten ein halbes Dutzend Mal, dann separierten sie in die Küche, um die guten Neuigkeiten zu überbringen. Du würdest sogar die Geduld einer Heiligen auf die Probe stellen, schnaubte Cranger mit zusammengebissenen Zehen. Gib mir meinen Fuß zurück, bevor ich dich in diese Kakerlake verwandle, von der du gesprochen hast. Draco gab den Besitz über ihren Fuß auf, wahrscheinlich etwas langsamer als nötig. Seine Fingerspitzen streiften ihren Knöchel, als er losließ. Sie bemerkte es, ihre Wangenknochen wurden rosa-rot. Eventuell lag es am Wein, eventuell an anderen Dingen. Ich habe bisher nur mit einer Heiligen gesprochen, und sie hat mich sehr gemocht, erinnerte Draco sie und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Cranger war ungeachtet der Röte in ihrem Gesicht verärgert. Sie hat nur fünf Minuten in deiner kostbaren Gesellschaft verbracht und das war bestimmt nicht lange genug, um zu bemerken, wie unendlich nervig du bist, ausgerechnet mir, Haushilfen aufzuzwingen. Was hast du dir, falls überhaupt, dabei gedacht, so eine Entscheidung zu treffen? Ich habe ein Problem entdeckt, das ich lösen konnte, erwiderte Draco amüsiert. Das ist eine Lebensphilosophie, die ich von einer ziemlich klugen Hexe gelernt habe. Cranger starrte ihn an. Der doppelte Schlag von ihren eigenen Worten und dem aufrichtigen Kompliment brachten sie völlig aus dem Gleichgewicht. Sie lehnte sich zurück und bemühte sich darum, weiterhin verärgert zu bleiben. Du bist einfach unbeschreiblich, ich weiß, half Draco ihr nonchalant. Musst du immer das letzte Wort haben? Nur in den seltenen Fällen, in denen du es zulässt. Cranger kämpfte mit ihrer anhaltenden Verärgerung und einer gleichzeitigen Belustigung. Ihre Augen funkelten dadurch. Das ergab ein ziemlich nettes Bild. Wann kehrt deine Mutter nach England zurück? Nicht innerhalb der nächsten 14 Tage. Draco machte eine wegwerfende Handbewegung. Dann bist du wieder von den Elfen befreit. Aber in der Zwischenzeit gibst du ihnen ihr Schwartz de Vivre zurück. Cranger blickte in Richtung Küche. Sehr gut. Aber nur, weil ich nicht will, dass Henriette mich für mal elever hält, weil ich ein Angebot abgelehnt habe. Ich denke, sie würde sich davon persönlich angegriffen fühlen. Wenn Henriette Bedenken bezüglich deiner Erziehung gehabt hätte, dann hätte sie dich von Anfang an abblitzen lassen. Sie ist eine ziemlich rechthaberische Elfe. Jetzt isst dein Millefiel, sonst schimpft sie wieder mit dir. Cranger wandte ihre Aufmerksamkeit dem Teller zu. Draco nippte an dem süßen Wein. Wofür hätte die Schlagshahle sein sollen? Wollte Cranger wissen. Das ist eine private Angelegenheit, die du am besten vergisst. Hm, machte Cranger und musterte ihn über ihr Glas hinweg. Sie aßen ihre Desserts auf. Henriette tauchte auf und erinnerte den Monsieur freundlich daran, dass er die Mademoiselle durch den Rosengarten führen sollte. Dann stand sie da, ihre kleinen Hände auf ihre knöchigen Hüften gelegt und starrte ihn einschüchternd an, bis er schließlich aufstand und Cranger seinen Arm anbot. Crangers Berührung an seinem Arm war zuerst leicht, aber nach ein paar Schritten festigte sich ihr Griff. Scheiße, wackelt der Boden oder bin ich komplett daneben? Und beiden steht der Wein bis zum Hals, schnaubte Draco. Tubis Aufmerksamkeit war unerbittlich. Es war ein Wunder, dass bisher keiner von ihnen etwas Beschwipstes oder Dummes gesagt hatte. Aber die Nacht war noch jung. Der Weg zu den Gärten lockte sie, und die Möglichkeiten für Dummheiten schimmerten in der Nacht wie die Kerzen, die den Weg säumten. Sie wanderten durch eine doppelte Reihe blühender Flieder. Zu ihrer Rechten stand das Gewächshaus, dessen warmer Schein von den Bewegungen malvenfarbener Blüten flackernd gesprengelt wurde. Die Prise ließ die Blüten wie ein Schmetterling flattern. Das Licht fiel schimmernd auf den Weg. In den sich vermischenden Schatten hob Crange ihre Hand, sodass sich deren Silhouette gegen das Licht des Gewächshauses abhob. Sie zitterte nicht. Es war ihre linke Hand, die sie hochhielt. Ihr Arm war nackt, und auf der Haut ihres Innenarms lag wieder dieser Fleck. Cranger drehte sich um und beabsichtigte, dem Pfad weiter zu folgen, aber Draco hielt sie davon ab, indem er die erste Dummheit des Abends beging. Später würde er dem Wein die Schuld geben. Er nahm ihr Handgelenk, sanft, aber sie zuckte dennoch zusammen und zog sie zu sich. Cranger war schockiert. Was tust du? Ich wusste nicht, dass du die immer noch hast, sagte Draco leise. Er drehte ihr Handgelenk so, dass der schimmernde Klimmerzauber das flackernde Licht einfing. Nun, ja, habe ich. Ihre Stimme war unsicher. Sie starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an wie ein wildes Tier, das kurz davor war, sich loszureißen und davonzulaufen. Sie roch nach dem süßen Wein, den sie getrunken hatte. Vier schwerwiegende Worte, die Draco seit der Provence mit sich herumgeschleppt hatte, kamen mühevoll heraus. Es tut mir leid. Es war deine wahnsinnige Tante, nicht du. Ich habe nichts getan, um sie aufzuhalten. Darauf gab Cranger keine Antwort. Ich nehme an, wenn es einen Weg gegeben hätte, die Narben zu heilen, dann hättest du ihn gefunden, murmelte Draco. Das hätte ich. Ich habe sehr viel ausprobiert, aber manche Dinge heilen nicht. Nein, das tun sie nicht. Cranger war für einen Moment still. Dann nahm sie den Zauber von ihrem Arm, um das Wort zu enthüllen. Hässliches Ding. Die alte Verletzung war deutlich auf ihrer Haut zu erkennen. So frisch wie an dem Tag, an dem sie geritzt worden war. Sie glänzte immer noch. Dracos Mund war watteweich und trocken. Für einen Moment war sie wieder 17 und lag wie tot auf dem Boden des Salons, der sich nur wenige Meter von ihrem jetzigen Standort befunden hatte. Dann war sie wieder Cranger. Eine brennende Intelligenz, eine Weltveränderin, aber trotzdem gezeichnet. Dracos Griff um ihr Handgelenk wurde ein wenig fester. Scham und Kummer. Tut es noch weh, fragte Draco, weil es zu bunt aussah, um es nicht zu tun. Manchmal. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Oder ich vergesse es einfach. Draco hatte nie die Absicht gehabt, ihr seine eigene Innenarm-Schande zu zeigen, die sogar umso beschämender war, weil er sich diese freiwillig angeeignet hatte. Und doch ertappte er sich dabei, wie er seine Manschetten aufknöpfte und sein Ärmel hochkrempelte. Was auf seinem Arm zurückgeblieben war, war ein verzerrtes, halb verblasstes Mahl. Es war jetzt eine groteske Mischung aus schwarzem Fleisch und erhabenem Narbengewebe, das von seinen gescheiterten Versuchen es zu entfernen stammte. Oh, keuchte Granger. Meins ist hässlicher. In jeder Hinsicht Granger. Denn ich wollte es. Das Keuchen war mehr Überraschung als Entsetzen gewesen. Sie betrachtete das vernerbte Fleisch mit den Augen einer Heilerin, die schon Schlimmeres gesehen hatte. Granger schwieg eine lange Zeit. Schließlich sagte sie, Aber du willst es nicht mehr. Nein. Das ist alles, was zählt. Es löscht die Vergangenheit nicht aus, sagte Draco. Der geschundene Arm, den er zwischen sich hielt, war ein berätes Zeugnis dafür. Nein. Aber die Entscheidungen, die du seitdem getroffen hast, definieren dich mehr als jene, die du damals getroffen hast. Ist das so? Du warst 16 Jahre alt. Du warst... Wir alle waren Kindersoldaten, die in einen Krieg geworfen wurden und einfach versucht haben, das zu tun, was uns als richtig gelehrt wurde. Wir haben versucht, unsere Lieben zu beschützen. Wirst du so schrecklich vergebungsvoll sein. Es ist 15 Jahre her, murmerte Granger. Sie senkte ihren eigenen Arm. Sie sah müde aus. Ich kann dir versichern, dass ich ausführlich über die Angelegenheit nachgedacht habe. Ich habe den vergeben, die es verdient haben. Das stört mich beim Suelen meinen Selbstvorwürfen. Suelen ist nicht produktiv. Jetzt war Granger an der Reihe, sein Handgelenk zu nehmen. Sie zog es zu einem Lichtdreieck zwischen den Schatten und beugte sich vor, um das mal genauer zu betrachten. Draco wollte sich zurückziehen, aber sie war mutig genug gewesen, ihn auf ihre Narben schauen zu lassen. Also durfte er jetzt kein Feigling sein. Ihr Finger strich über das vernarbte Gewebe und das halb geschmolzene Fleisch, das noch nie die Berührung einer fremden Hand gespürt hatte. Sie sah herzkrank aus. Du hast versucht, es zu verfluchen? Ja, gab Draco zu. Unter anderem, es ist schon Jahre her. Sein Arm zuckte unter ihren prüfenden Blick. Er wollte es mal wieder vermerken. Es war so hässlich, so unförmig, so voller schrecklicher Erinnerungen und Scham. Ich glaube auch nicht, dass ich damit viel anfangen könnte, so öffste Granger. In Bezug auf Heilung, meine ich. Der Gedanke schien sie traurig zu machen. Mein Mal ist ein Andenken an einige schreckliche Entscheidungen. Es ist wohl verdient. Deins, deins ist eine erbärmliche Tragödie. Das ist es, sagte Granger. Dann fügte sie hinzu, nun, es sind beides Tragödien, auf unterschiedliche Weise. Noch mehr Vergebung. Draco wollte unwillkürlich die Flucht ergreifen. Sie standen schweigend da. Und jetzt kannte sie einige seiner Sorgen und er kannte ein paar von ihren. Es lag eine Intimität darin, so gesehen zu werden. Es war ungewohnt. Es fühlte sich empfindlich an. Es war nervenaufreibend. Sie schwiegen immer noch und doch war es keine Stille. Es war stark, dicht und wirbelnd. Es lastete wie ein Druck auf ihren Trummelfellen und auf ihrer Brust. Ich hätte gerne eine prägende Schlussfolgerung oder Worte der Weisheit, sörfste Draco schließlich, um diesen Zustand zu beenden. Ja, bitte, sagte Granger. Sie wirkte erleichtert. Ich meinte von dir. Granger faltete ihre Hände vor sich und blickte zu den Sternen auf, als ob sie dort die Prägnanz finden könnte. Die von Anna Renner warte wiederbelebte Leiche des Mannes, der uns diese Narben zugefügt hat, ist ziemlich tot. Und wir leben. Ich denke, das ist gut genug. Draco rollte sein Ärmel wieder nach unten und knöpfte seine Manschettenknöpfe zu. Granger verzauberte ihre Narbe wieder in einen diskreten Fleck. Es ist ein zu schöner Abend, um rürselig zu sein, bemerkte Draco. So strebhaft klinge ich nicht, schnaubte Granger. Doch, tust du. Sollen wir uns die Rosen ansehen? Halte deine weibliche Ekstase bereit. Sie wanderten dem Pfad entlang, der sich durch das Kerzenlicht schlängelte. Und wir leben. Reichten. Zu ihren Füßen guckten hier und da ein paar Mitternachtsfeilchen hervor, die der Mond hervorgelockt hatte. Ihre Schritte waren langsam und betrunken und köstlich ziellos. Es war perfekt. Draco wusste zu wenig über Rosen, um eine wirkliche Tour zu geben, und Granger war damit zufrieden, ohne Plan oder Zweck von einer zur nächsten zu schlendern und ihre schalenförmigen Blütenblätter zu berühren. Hübsche Namen schlüpften ihr über die Lippen, als sie einige davon erkannte. Lichterketten funkelten zwischen den großen Büschen. Blütenblätter trieben auf den Weg. Eine Nachtigall sang und die Fontänen gurgelten. Granger sagte mit einer Art verträumter Benommenheit, es sei, als wäre man auf einer verzauberten Lichtung. Draco wollte sie mit ihrer Sentimentalität aufziehen, fand aber auch sich selbst in einer sanften, milden Stimmung wieder. Die Art von Stimmung, in der eine Hexe vielleicht gesagt hätte, die Rosen seien wirklich süß, aber sie sei das süßeste Ding im Garten, nur um sie erröten zu sehen. Er tat es natürlich nicht, denn er war aus stärkerem Holz geschnitzt. Düfte, zart und schwer fassbar, neckten ihre Nasen. Granger versuchte, die Düfte zu benennen und hielt Draco die Rosen hin, damit er es ebenfalls versuchen konnte. Er stand neben ihr, näher als nötig und sie stellten gemeinsam müßige Vermutungen an. Apfel, Vanille, Melke, Möhre, Honig. Unter anderem Damast. Sein weingedrängter Geist sammelte Eindrücke. Köstliche Nähe. Genug Nähe, um zu spüren, dass sie Wärme ausstrahlte. Sie hielt die Rose an sein Gesicht, so nah, dass seine Lippen die Blütenblätter berührten. Das Schimmern des Mondlichts auf ihrer Haut, die entflohenen Haarlocken in ihrem Nacken. Ihre Mundwinkel, das Beißen auf ihrer Lippe, Wimpern, die an einer Wange flatterten. Sie gingen zur nächsten Rose. Diese, davon war Granger überzeugt, roch nach Aprikosen. Granger stellte sich hinter sie und lehnte sich über ihre Schulter. Für ihn war es Mandarine. Granger roch wieder daran und wieder sprach. Es seien ganz sicher Aprikosen. Und Draco lehnte sich näher und sagte, es wäre definitiv Mandarine und sie solle nicht albern sein. Granger stellte die Theorie auf, dass sie eine Amortentia-Rose gefunden haben könnten. Das würde die Diskrepanz erklären. Draco erwiderte, dass er diese Entdeckung auf jeden Fall aufzeichnen würde. Sie ging weiter zur nächsten, einer prächtigen weißen Rose. Granger umfasste einen schweren Blütenkopf und zog ihn aus dem Busch. Draco stellte sich wieder hinter sie und sie rochen beide gleichzeitig daran. Ihre Wange streifte sein Kinn. Er fing sich gerade noch rechtzeitig, als er bereits dabei war, eine Hand auf ihre Hüfte zu legen. Der Weg durch den Rosengarten entfachte den Wahnsinn. Die Rundungen ihres Rocks streifte die Vorderseite seiner Hose. Ihr Haar kitzelte ihn an der Seite seines Gesichts. Granger behauptete, die Rose riechend nach Kokosnuss und forderte ihn dazu auf, ihr zu widersprechen. Draco war natürlich anderer Meinung. Es war Kiwi. Kiwi? wiederholte Granger. Kiwi, sagte Draco. Granger drohte, dass sie ihn zu einem HNO-Arzt checken würde, wenn er nicht mit diesem Unsinn aufhörte. Draco entgegnete, der einzige Unsinn hier, sei das Wort HNO-Arzt. Von der Leichtigkeit in seinen Adern, seinen schwerelosen Gliedern und seinen schweren Augenlidern überkam ihn plötzlich eine süße Lähmung. Er wollte sich nicht bewegen. Er wollte lieber sein Kinn dort ablegen, wo ihr Hals auf ihre Schulter traf und einfach nur dastehen. Er wollte ihr Dinge ins Ohr flüstern und das Beben ihres Körpers an sich spüren. Er wollte hier ein oder zwei Jahre lang verweilen und sich mit ihr über Kiwis streiten. Er wollte sich treiben lassen. Sicherlich war der Wein schuld und die Artig schocken. Kleine wilde Dinger, die in Büscheln wuchsen und nach Vetiver dufteten. Granger fragte, ob sie sich eine aussuchen dürfe. Draco tat es für sie. Es erschien ihm unfein, es nicht zu tun. Und dann reichte er ihr die Blüte. Sein Arm legte sich von hinten um sie und ihre Fingerspitzen berührten sich. Und das war so nah, wie sie sich kommen konnten. Fingerspitzen, die sich über der Blüte einer Rose berührten. Sie sahen über ihre Schulter an, um sich zu bedanken und ihre Augen trafen sich. Ihre waren dunkel und neugierig und seine hell und stechend und es war, als würden Universen kollidieren. All diese Gegensätze von hell und dunkel, Muggel geboren und reinblütig, Orden und Todesser und eine schreckliche Unvereinbarkeit nach der anderen schrecklichen Unvereinbarkeit lagen darin. Die gewalttätigen Polaritäten, die sie zu dem gemacht hatten, was sie waren. An diesem Moment der Kollision verfielen sie einander ein wenig. Ein bisschen betrunken, ein bisschen seelenverwirrt. Sie schob die Rose in ihr Haar und wandte sich ab. Dann erreichten sie das Ende des Rosengartens, wo die Hecken am dichtesten wuchsen und Dummheiten am freizügigsten ausgesprochen werden konnten. Wo schreckliche Unvereinbarkeiten nicht mehr so viel bedeuteten, wie sie hier, zwischen den grünen Zweigen und dem Rauschen der Brise, nur ein Mann und eine Frau waren, die durch einen Garten schlinderten und sich idiotisch über Rosen zankten. Sie fanden einen Platz auf einer Steinbank in der Nähe eines Springbrunns, der mit dicken Amoretten geschmückt war. Cranger zog ihre Beine unter sich. Die Rose in ihrem Haar war schief, also streckte Draco die Hand aus, um sie zu richten. Es sollte nur eine höfliche Geste sein, doch er musste feststellen, dass er von einem Gefühl der exquisiten Nervosität überfallen wurde, wie er es seit seiner Teenager-Zeit nicht mehr gespürt hatte. Cranger stieß ein Dankeschön aus. Ihre Wangen waren rosa. Sie sprachen über triviale und nicht alltägliche Dinge, über Rosen und Küchenschränke und Narben und Krieg und Artischocken und Fischpastete. Sie sahen zu den blinkenden Sternen auf, die Nachtvögel trillerten ihre überirdischen Melodien und die Rosen ließen ihre Blütenblätter in schöner Melancholie fallen. Eine Stunde verging und dann zwei und dann drei, obwohl es sich so anfühlte, als hätten sie sich gerade erst auf diese feuchte Bank zwischen den Rosen nebeneinander gesetzt um den Abend ausklingen zu lassen. Die Erinnerung an diese Nacht, vom Mond geküsst und süß, würde Draco noch lange nachhängen. Das Leuchten in ihren Augen, der Geschmack des Weins, das Funkeln des Sternenscheins im Springbrunnen, die langsame Verführung der Rosen. Il faut se laisser un son se lé. Tja. Und damit ist das 17. Kapitel zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich über dieses Französisch geflucht habe. Aber gut, wir haben es hinter uns gebracht und jetzt geht die Warterei auf Kapitel 18 los. Außer ihr habt das große Glück und hört das Ganze erst später und könnt direkt weiterhören. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterhören. Allen anderen, die jetzt noch nicht weiterhören können, wünsche ich eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, eure Kauli. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. this